Ich hasse diese scheiß Magie. So sehr. Ich möchte einfach nur jeden mit meiner Magie glücklich machen. Hast du eine Sekunde? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ob es irgendjemanden da draußen gibt, dem meine Magie Freude bereitet? Würdest du sie mir nochmal zeigen? Die Welt der Magie ist einfach nichts für mich. Die Welt in allen Farben. Irodoku. Die Welt in allen Farben sind